Grüßt euch meine Freunde und herzlich Willkommen zu Darksiders 1. Wir haben das letzte Mal hier ordentlich gefailt. Das heißt ordentlich, es war halt schon ein bisschen schwieriger. Allerdings will ich heute das mal wieder versuchen. Sonst kommen wir ja wohl nicht weiter. Also, dann gehen wir mal rein. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Aufgabe wir hier hatten. Denn das war in der letzten Session. Ich kann auch so lachen. Aha, okay. Wir müssen das immer mit dem Finisher machen. Stimmt, da dämmern wir was. Das war nicht gerade leicht. Gerade wenn so fette Viecher kommen. Die gingen ja noch. Die waren ja recht einfach. Vor allem, weil die auch noch Leben geben. Und ich kann mich einfach von einem zum anderen handeln, wenn einer in der Nähe ist. Zumindest. Bleib hier! Bleib hier! Auch wenn ich finde, die Animation könnte ruhig ein wenig abwechslungsreicher sein. Das muss ich dem Spiel etwas... Äh, ja. Das ist ein kleiner Nachteil von dem Spiel, finde ich. Aber nun gut. Auch... Ein gutes Spiel muss Nachteile haben. Denn ein perfektes Spiel darf nicht existieren. Mist, jetzt ist er so tot. Ah, doch nicht. Gut. Ui! Die Aufgabe ist leicht, bis wirklich fette Viecher kommen. Dann ist halt vorbei. Dann, äh... Muss man... Kämpfen. Also wirklich kämpfen. Dass man noch überlebt. Hier gibt's auch Strategie bestimmt. Also, dass man sich zum Beispiel die Fledermausviecher bis zum Schluss aufhebt. Kann ich mir vorstellen. Damit's einfach schnell geht. Aber... Ich bin mir da nicht ganz sicher. Weil... Ja. Hier sind dezent viele Gegner. Und die Fledermäuse nerven, wenn man sie nicht gleich tötet. Aber die hebe ich mir jetzt trotzdem mal, äh... Für ne Weile auf. Gerade weil's auch Leben geben. Bin ich sowieso schade, dass hier keine Box mit Leben steht. Das würde einiges allow. Verdammt. Okay, den wollte ich jetzt eigentlich grad nicht finishen. Der kam mir grad nur in die Quere. Bisschen Luft hier holen. So, dann geht's hier weiter. Oh, jetzt kommt ein Bretter. Den kann ich, äh... Nicht finishen. So, jetzt gehen wir mal an die Fledermäuse. Dass wir ein wenig... Ein wenig Leben bekommen. So. Ähm... Ohohohoho. Ne, ne, du kommst mir nicht so zu nahe. Doch, du kommst mir wohl zu nahe. Und ich hab den jetzt nicht gefinisht. Verdammt. Dann finish ich eben dich, weil du gibst ein Leben. Also die fetten... Die nerven. Aber wirklich, äh... Stark. Ich weiß nicht, ob, äh... Die Fledermäuse spawnen, wenn ich Menschen, also Gegner umbringe. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit hier ausweiche. Oder wenn ich, äh... Äh... Ah jaja. Wie sieht's denn aus? Okay, meck lea... Ah, waj- Ohohohohohoho' Ohoho. Ohohoho. Ho99. Das wird... Äh... Dezent Oh Gott, 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 oh Gott. Und ich habe keinen Kristall mehr, der mich heilt. Schnell, schnell, schnell. Verdammt. Och Mann. Ja gut, muss ich wohl neu machen. Hm, das ist echt schwierig. Ja, ja, episch, episch, episch. Oh Gott, ich hoffe, ich tue nicht die ganze Folge hier dran hängen. Ich hoffe, dass ich es überhaupt schaffe. In ein paar Folgen irgendwann so. Jetzt stellt euch das mal in normal vor. Ich würde sterben. Ganz ehrlich, ich tue ja sowieso schon sterben. Gut, diesmal tue ich, ähm, die Fledermäuse mir aufheben, wenn die anderen kommen. Und erst die anderen ordentlich verprügeln. So. Komm her, ah, verdammt. Komm her. Vielleicht ist genau das eben die Strategie. So, jetzt kommen die anderen. Jetzt tue ich mir die Fledermäuse mal aufheben. Und verprügel erst die anderen. Allerdings ist auch das, äh, mit Komplikationen verbunden. Ja, Fledermäuse, geh hoch. Vielleicht muss ich auch alle nur angreifen, bis eben alle ein B haben. Gut, vielleicht muss ich bei den Fetten auch einfach... Irgendwie habe ich diesmal mehr Probleme als das letzte Mal tatsächlich. Nehmen wir mal dich als bisschen Heilung. So. Okay, die Fledermäuse sind dezent zu viel. Die muss ich dezimieren. Ach Gott. Die Mission ist echt schwer. So konnte man sich verteidigen. Stimmt. Vielleicht ist das ja... Oh. Stimmt, ich habe ja noch ein paar... Spezialangriffe. Oder was heißt ein paar? Einen habe ich mir letztes Mal gekauft. Ähm. Bisschen Heilung. Kann nie schaden. Wo war ich denn mit dem B hier? Ähm. Ach, der stirbt dann direkt. Das ist natürlich scheiße. Und zack. Und... Villa Fledermaus und Nervstit sind. Die sterben. Ich frage mich, ob das... Ob dieser Sprungangrifft... Die sofort... Äh... Ach, jetzt kommt der Fette. Oh Gott. Fledermaus, Fledermaus. Irgendwo eine Fledermaus in der Nähe. Ja. Ich versuche den Fettnick kalt zu machen. Was äußerst schwierig ist, weil ich... Komm mal her. Ich brauche Leben. Ich schaffe es wieder nicht. Ich lehre... Äh, nein. Zählt er mehrfach? Komm mal her. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Da hinten ist noch einer. Verdammt. Wollt ihr mich trollen? Jetzt aber schnell. Schnell. Noch einer. Noch einer. Keiner mehr da, doch dir. Was? Nein, das kann nicht sein. Ich habe es doch in der letzten Sekunde geschafft. Scheitern scheint dir im Blut zu liegen. Erst die Apokalypse, jetzt das. Halt's Maul. Ich hätte es geschafft. Ähm. Wie viel Geld haben wir denn? Ich glaube, ich hole mir was zum Heilen. Bei Volkren. Und dann versuche ich es nochmal. Und wenn es die ganze Folge dauert. Mein Gott, dann ist es eben so. Aber ihr habt es gesehen. Ich hätte es geschafft. Es war in der letzten Sekunde, dass ich gescheitert bin. Und das ist dann eben ultra nervig. Also das ist. Und dann heißt es immer Ego-Shooter machen. Aggressiv. Aber wenn man hier so scheitert, dann ist es schon Aggressivität hoch 10. So. Heilung, Heilung, Heilung. Hier. Ich mache nur eins leisten. Also das muss ich. Das muss ich mir auf jeden Fall aufheben. Sei gegrüßt. Ja, ich bin gegrüßt. Und ich bin auch angepisst. Ja. Muss man mal einfach mal so ordentlich sagen, dass man angepisst ist. Hm. In der letzten Sekunde, Leute. Hm. Oh, Mann. Ich habe übrigens ja in der letzten Folge erzählt, dass mein Maus-Cursor in der Mitte von dem Bildschirm ist. Was aber nicht stimmt. Denn MSI Afterburner tut den Maus-Cursor nicht aufnehmen. Den sehe nur ich. Naja, gut. Egal. Dann versuchen wir es eben nochmal. Und bevor ich jetzt da reinlaufe, äh, tue ich mir mal den Dinger hier zuweisen. Und zwar genau dahin. Hat's aber nicht. Also das mit dem Zuweisen funktioniert ja irgendwie nicht ganz so. Dann machen wir es halt mal hier. Hoppla. Ja, hier hat es funktioniert. Gut. Dann eben auf ein neues. Also wenn das fette Vieh kommt, muss ich mich aufs fette Vieh konzentrieren. Das hat jetzt gerade eben recht gut funktioniert. Wenn ich das schneller hinbekomme, das zu töten, dann müsste es schon machbar sein. Ja, mittlerweile kenne ich die Aufgabe auswendig. Ist ja nicht so, dass ich es das erste Mal mache. Nur eben noch nicht geschafft. So. Der Anfang ist ja noch recht einfach. Ey, verdammt. Fängt ja gut an. Weißt du, sonst kann ich immer von einem zum anderen springen und diesmal, nee, diesmal trollen sie mich. Jetzt kommt, ach, verdammt. Das kostet doch alles Zeit, die mir vorhin gefehlt hat. Ja, ja, die Zeit war diesmal gegen mich, nicht die Gegner. Gut, die Gegner sind auch gegen mich, ganz klar. Und die Fledermäuse sterben ziemlich früh diesmal. Wie gesagt, diesmal, wenn der Fette kommt, sofort auf den Fetten. Mit allem, was ich habe. Und dann mal sehen, ob es funktioniert. Das muss ja jetzt mal funktionieren. Ich meine, ich habe es so schon geschafft, nur eben eine Zeit nicht. Von wegen einer Sekunde. Das war ja das Ärgerlichste an der ganzen Sache. Komm her. Komm her. Wo soll ich herkommen? Geht sterben. Ich weiß noch, in der letzten Folge, da habe ich noch drüber gelästert, wie einfach die Aufgaben das sind. Aber nee. Die letzte muss mich natürlich trollen. Wobei die wahrscheinlich voll einfach ist und ich tue mich bloß blöd anstellen. Fetter da, Fetter da. Nee, der kommt erst bei 20 oder sowas. Wenn ich mich recht erinnere. Fetter. Oh, Fetter ist da. Okay. Okay. und tschüss, mein Freund. Hat ja diesmal gut funktioniert. Also wenn ich es diesmal nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. wieder ein Fetter. Habe ich wieder einen Fetten gehört? Oh ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Komm mal her. Ah, verdammt. Falsch ausgeliehen. Oh mein Gott, bin ich angespannt. Bin ich nicht angespannt? Verdammt. Komm mal her, ich brauche Heilung. Ich hole nur noch einen und ich habe eine Minute Zeit. Das werde ich wohl noch packen. Und zwar mit einem großen Finale. Und die Fledermaus noch mitgenommen. Ja, leck mal der Marsch. Ich habe es geschafft. Ich habe ein knallrotes Gesicht gerade. Ich bin so aufgeregt. Blockangriffe. Kriegsabwehrinstinkt ist erwacht. Dadurch kann er körperliche Angriffe und Schussangriffe abwehren. Drücken Sie dazu kurz vor dem Einschlag RB. Ich muss mal schauen, was RB bei meinem Controller ist, denn ich benutze normal keinen Controller. Aha. Okay. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ja, jetzt bist du wieder auf meiner Seite, du Depp. Na, diesmal brauchen wir es ja fast nicht. Aber ich nehme alles mit, was ich bekommen kann. Hm. So, speichern wir. Ich speichere jetzt, denn das darf nicht wieder passieren, dass ich das nochmal machen muss. So, und weil jetzt schon meine 18 Minuten, fast 19 Minuten rum sind, ja, ich habe die ganze Folge für eine blöde Aufgabe gebraucht. Nun gut, das ist eben so. Das war nämlich eine harte Arbeit. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß bei meinen, ja, versuchen, diese Aufgabe hinzubekommen. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.